Willkommen zurück, ihr guten Rebellen. Wir haben also in der letzten Folge... Alles klar! Okay, okay! Hören wir doch auf! Wann essen wir? Also wir haben in der letzten Folge diesen Flughafen mehr eingenommen und werden erst einmal die Leute hier ausstatten mit Waffen. Machete? Ich glaube... Ach ja, ich bin eine Machete. Ich bin eine Machete und gehen. Ja, hab verstanden! So, Blatt hat... Okay! Wir dürfen nicht durchkommen! Was? Bin dran! Wann essen wir? So, nachdem wir hier alles getötet haben, was nicht... freundlich war... Verstanden! Ja? Können wir hier weiter machen? Okay! Ah ja, ich merke gerade, mein Flapszeichen ist genau auf der richtigen Stelle. Nämlich hier oben. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht sehen, aber ich seh's. Okay, ähm... Wir haben eine neue E-Mail erhalten. Fortschritt! Wir scheinend haben sie in meinen Landfuß gefasst. Jo, das haben wir. Bobby Rays Waffen und mehr. Ja. Okay. Jetzt können wir also Waffen online kaufen. So wie in jedem anderen Land natürlich auch. Ohne Probleme. Einfach mal online kaufen. Bin unterwegs! Da ist etwas! Unterwegs! Und was genau? Da ist etwas! Bin dran! Ein Wannermagazin! Lassen wir's weiter ab! Hitman, super! Dann kannst du gleich mal die Splitteschutzsäcke anziehen, das Militär-T-Shirt und die Kevlar-Hose im Militär-Look. Damit ist er jetzt im Wald echt gut geschützt schon mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Kopfbedeckung. Alles klar! Dann geht's los. Bin unterwegs! Alles klar! Nichts! Na klar! Verstanden! Alles klar! In Ordnung! Ja? Okay! In Ordnung! Mal sehen, was wir hier haben. Ach, Schü-an, Schü-an! Ah ja. In Ordnung! Weil die Leute davorstehen. Klar doch! Nächst! Die junge Dame. Bitteschön! Okay! Den haben wir hier. Okay. Rindran! Super! Hier kommen wir, kaufen, verkaufen und so weiter. Ja! Als allererstes mal die Batterien verkaufen. Die Munition, die brauchen wir auch nicht mehr. Eine braune Kevlar-Hose kannst du vergessen. Das brauchen wir auch nicht. Weiter geht das. Ein Fischerhut wäre was Geiles. Dann diese Munition, diese Munition, diese Munition. Oh je, eine coole Sonnenbrille. Ich glaube, den Spaß gönnen wir uns. Eine Uniform und... Ne, wir teilen. Uniform-Kemo, glaube ich, ist ein bisschen cooler. Naja, äh... Wir nehmen die Sample. Hier passt zu Blatt. Okay, gut. Blatt. Dann schauen wir mal, was legen wir dir an. Wir legen dir die Sample an. Boah, siehst du gut aus. Wir können ein bisschen... Hab verstanden! ...mehr Klamotten in diese Richtung vertragen. Nehmen wir ihm einfach mal die Uniform. Den Kevlar-Helm nun mal nicht. So, damit ist er schon mal gut geschützt. Was geht, Boss? Unterwegs. Wollen wir mal sehen? Bin unterwegs. Bin dran, Boss. Da ist etwas. Oh, herrlich. Alles klar. Alles klar. Bin dran, Boss. Bin dran, Boss. eigentlich habe ich immer Wolf als erstes genommen, aber Wolf war mir mit seinem Schrotgewehr etwas... Alles klar. Bin unterwegs. Na klar. ...um ehrlich zu sein, weil Schrotgewehr gleich am Anfang ist. Bin unterwegs. Hä? Alles klar. Nicht, dass wir sagen, was wir lieber so. Okay, gut. Dann braucht er das Hemd nicht mehr. Dietrich ja... Ach, kann gar keiner verwenden. Die sind ja zu intelligent dafür. Zephyr kann auch keiner verwenden. Okay. Wann essen wir? Unterwegs. Hitman. Los geht's. Hitman verkauft die Dokumente, die uns nichts bringen, weil die können gefasht sein. Die Militärkarte bringt auch nichts, aber auch die können gefasht sein. Exotische Magazin brauchen wir definitiv nicht. Kaliber 12 Munition. Ach, shit. Die Lassma. Die Lassma. Wer weiß, wann hier mal wieder eine Muni knapp ist. Wir haben hier ein Militärhemd, das wir nicht möchten. Und wir haben eine grüne Käfflerhose. Was ist denn für eine Käfflerhose, die komplett paketet? In Ordnung. Komm, wo flaschiert ist. Wer ist denn das Rent? Ähm. Okay, gut. Dann reicht es. Alles klar. Also, du brauchst definitiv erst einmal das. Dann bekommst du die Pistole. Da du damit nicht umgehen kannst, bekommst du die zwei Spritzen, die Munition gemacht haben. Und das läuft auch ein richtig cooler Fisch. Los geht's. Zu 75% geschützt. Was fehlt denn jetzt? Na klar. Oh, geil. Oberkörperfreiheit, das ist so deutsch. Das ist richtig deutsch. Wah. Pfui. Immer noch nur zu 75%. Ach, so gut die Slipper. Ja gut. Das bisschen sollte, glaube ich, jetzt nicht auffallen. Okay, gut. Dann haben wir. Munition für die Waffen. Wir haben drei Blenden. In Ordnung. Ich bin dran. Okay. Blatt, was hast du? So, du kannst hier einen auf Arzt machen. Okay, gut. Dann versuchen wir mal weiter in den Fuß zu fassen. Wir gehen also auf die Karte. Und begeben uns dorthin. Ja doch, das sollte so gehen. Ab durch den Wald, ab durch die Mitte. Druck am Ziel angekommen. Okay. Wir sehen, hier drinnen gibt es 15 Gegner. Diese gilt es zu eliminieren. Und ich könnte jetzt mitziehen. Und ich könnte jetzt mitziehen. Eins, zwei, drei. Und das ist langweilig. Denn es gibt auf jeder Karte einfach nur Stützpunkte. Und sobald man auf den Stützpunkt ist und der färbt sich grün, hat man ja jetzt bei dem Flughafen gesehen. Von den Straßen kann die sofort heilen. Ich glaube, wer wechselt euch. Okay, gut. Hab verstanden. So, die gelben Punkte hier auf der Karte sind also Tippelschritte. Was ist da? Ach, den Schlüssel hätten wir ja auch noch weggeben. Was geht, Boss? Dann wachsen wir erst mal hier. Was ist da? Hier ist nichts. Verstanden. Nur Mäuse. Was jetzt? Alles klar. Was geht, Boss? Verstanden. Los geht's. Alles klar. Erwarte Befehle. Whitman sieht keine Idioten. Feind! Hab so einen Idioten. Bin dran, Boss. Ach, sie sind hier. Man war erst im Kampf. Da ist etwas. Klar doch. Hier scheinen sich Feinde herumzutreiben. Wann essen wir? Bin unterwegs. Ja. Hab verstanden. Hab verstanden. Ich glaube, ich lasse sein Reich. Ja. Was geht, Boss? Alles klar. Gut. Ich muss mich noch etwas mehr... Na klar. Da müssen wir da sitzen. Alles klar. Schreib mir. Alles klar. Ich bin bereit. Alles klar. Feind! Die sind hier. Ha! Der ist platt. Verstanden. Na klar. Los geht's. Klar doch. Da, Boss. Erwarte Befehle. Na klar. Kann ich schießen. Alles klar. Ziel ausgeschaltet. Ja. Verstanden. Man war erst im Kampf, wenn einem das linke Auge aus dem rechten Ohr glotzt. Hab verstanden. Okay, gut. Das müssten schon mal fünf, sechs gewesen sein. Aber dann sind sicher noch ein paar mehr. Eine Jeans. Super. Verstanden. Okay. Bereit für Action, Boss. Das hoffe ich doch. Okay. Blood findet einen neuen Schlüssel. Klar doch. Blood findet eine Strolle. Wir wissen jetzt also den Schlüssel aus. Klar doch. Wir gehen dort hin. Ja? Bin dran, Boss. So, wo ist denn der andere Stützpunkt? Aha, die Kirche. Ah, wir haben sogar drei Stützpunkt. Gut. Und bei einem Lagerhaus oder ähnliches. In Ordnung. Ja. Verschlossen. Ich habe verstanden. Super. Er kann mit einem Schlüssel mit einem Schlüssel holen. Ja? Mit meinem... Na klar. Verstanden. Hier scheinen sich Feinde herumzutreiben. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Bereit für Action, Boss. Na klar. Alles klar? Ja. Verstanden. Na klar. Na klar. Ich bringe dich um. Wo sind denn da? Im Sektor befinden sich nur Idioten. Vielleicht sollten wir einige Runden abfeuern, damit sie wissen, dass sie sterben werden. Okay. In Ordnung. Hitman unter schwerem Beschuss. Ja? Ja? Bin dran, Boss. Liquidiert. Ja, Hitman muss zurückschießen. Bin dran, Boss. Okay. Okay. Bereit für Action, Boss. Gut. Blatt, weite deines Amtes als Arzt der Armen. Bereit für Action, Boss. Das wäre geschafft. Bin unterwegs. Da, Boss. Bin dran, Boss. Was jetzt? Was jetzt? Hier drüben ist etwas. Ja? Alles klar. Hey, ein Videospiel. Ach, sieh an, sieh an. Ich merke voll. War so gut. Bin dran. Ja? Unterwegs. Was? Was jetzt? Erwarte Befehle. Gut. Somit hätten wir schon, dass die Tragelkapazität ein paar Leute... ...beschöpft. Jetzt kannst du noch Kampel geben, dass die nicht... Erwarte Befehle. Los geht's. Klar doch. Naja, großartig Waffen für... Bereit für Action, Boss. Okay. Bin dran, Boss. Ein bisschen Knete. Super. Verstanden. Was geht, Boss? Okay. Lade auf. Hinter. Die Aufklärung beginnt also in der allerersten Stadt. Kinderfabrik haben wir schon mal sichergestellt für uns. Laufen die Barfuß? Also, ich meine, die Kinder laufen die Barfuß. Hier drüben ist etwas. Ja? Bin dran. Was ist da? Bier. Der echte Mann trinkt Bier. Trinkt das was? Hey, cool. Hast du das gestiegen? Keine Trinkerspringung zur Verfügung. Hab verstanden. Okay. Sieh an, sieh an. Hab verstanden. Dort, wo dieses grüne Zeichen ist, mal zur Aufklärung, könnte man einen Plastik-Springstoff anbringen, insofern man einen fähigen... Klar doch! ...bombenfutze hätte. Okay. Okay. Ja, ja. Wenn ich jüngere... In Ordnung. ...meinen Täter, 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 Täter. Verstanden. Alles klar. Ich kann es nicht leiden, wäre und so weiter. Bin dran. In Ordnung. Weil das stimmt ja immer nicht. Klar doch. In Ordnung. Bin dran. Ich habe immer die Chance, was zu machen, aber es ist immer zu faul, etwas zu machen. In Ordnung. Ach, sieh an, sieh an. Ach, also doch was... Alles klar. Weil wir ja in Liebe sollten, das sind, nehmen wir einfach alles mit, was es gibt. Okay, gut. Okay. Alles klar. Gescheit. Erwarte Befehle. Was geht, Boss? Okay. Wir rennen jetzt also weiter hier rein. So, mal jetzt Aufklärung. Wen haben wir denn hier? Gut, dann bleibt mal allesamt stehen. Geht in der Hocke. In Ordnung. Ja? Unterwegs. Hä? Das heißt nicht, hä? Das heißt wie bitte? Okay. Bereit für Action, Boss. Bereit, wenn du es bist. Unterwegs. Ich bin bereit. Verstanden. Klar doch. Ziel erledigt. Okay. Was geht, Boss? Ach, sieh an. Unterwegs. Ja? Bin dran. Das müsste dann eigentlich Trassen sein, weil... Alles klar. Das war jetzt kurz mal sinnfrei. Bin dran. Bin dran. Hab verstanden. In Ordnung. Da, Boss. Klar doch. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht... Ja? Bin dran, Boss. Was hat mich gehört. Hä? Du wirst sterben. In Ordnung. Alles klar. Bin dran. Schick mir drüben, ist etwas. Wann essen wir? Unterwegs. Na klar. Unterwegs. Unterwegs. Hä? Hab so einen Idioten. Okay. Hab verstanden. Erwarte Befehle. Bin dran, Boss. Okay, gut. Der ist natürlich hier bei der Kirche. Ja. Warte, du auch schon. Bereit für Action, Boss. In Ordnung. Bin dran, Boss. Bin dran, Boss. Feind! Was jetzt? Alles klar. Alles klar. Ziel ausgeschaltet. Spiel ausgeschaltet. Hab verstanden. Hab verstanden. Okay. Alles klar. Und noch eine Weiche des Gras. Ja, nachdem du hier sinnfrei Munition verschossen hast. Passt rein. Hä? Okay, gut. Hä? Erwarte Befehle. Dann geht man brauchen noch zu. Ja? Klar doch, klar doch. In Ordnung. Man will sich nicht schicken. Erwarte Befehle. Bin unterwegs. Aber man möchte das Let's Play beenden. Das heißt, man muss es... Hier drüben ist etwas. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüss.